Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu meinem nächsten FC News Video mit heute drei Punkten, wo ich mit euch drüber sprechen möchte. Heute geht es ausschließlich wieder einmal über unser Personal, schrägstrich unsere Mannschaft. Daher seid gespannt, lehnt euch zurück, genießt das Video mit mir und wie ihr es kennt und schnacken. Starten wir mit Punkt Nummer 1 hinein und in Punkt Nummer 1 sprechen wir über Jakar Chuba Potoschnik. Unser 19-jähriger Youngster hat ja jetzt gegen den Karlsruher SC sein Profidebüt gegeben. Er wurde in der 75. Minute eingewechselt und hat damit seinen langersehnten ersten Einsatz bei unseren Profis feiern können. Ich denke das Ganze war lange überfällig. Er ist ein Spieler, wo man trotz seines jungen Alters sieht, dass er eine enorme Abschussqualität hat. Dass er weiß, wie er sich gerade in der Box zu bewegen hat. Und er hat eigentlich, sei er beim FC ist, in jeder Jugendmannschaft sofort performt, wenn er eben da gespielt hat. Sei es die U19 oder sei es halt eben auch zuletzt die U21. Daher ein Junge, der in Zukunft sehr vielversprechend für unseren 1. FC Köln ist. Und Gerhard Struber hat ihn halt permanent im Training dabei und jetzt zuletzt auch sehr, sehr oft auf der Bank. Da gab es nicht wenige FC-Fans, die gesagt haben, ey, wenn du den so oft auf der Bank hast, dann bring ihn doch mal. Und das war auch das, was ich jetzt in meinem letzten Video, also in meinem Reaction-Video auf das KSC-Spiel sagen wollte. Das wollte ich hier auch nochmal aufgreifen, weil der ein oder andere, ja, sage ich mal, mich ein bisschen zurechtgestutzt hat. Dass das Nörgeln ist, warum ich jetzt sage, warum bringt man Potoschnik. Ich freue mich für Potoschnik und ich sage ja auch, dass es lange überfällig war, dass der Junge spielt. Worauf ich halt in meiner Reaction nur hinaus wollte, ich habe halt nicht verstanden, warum in so einem Spiel. Das ist halt einfach nur so meine persönliche Meinung. Es ist schön, dass der Junge spielen durfte. Ich denke, auch wenn er jetzt keinen riesen Abschuss hatte oder so, man hat teilweise schon gesehen, dass er sich in richtigen Räumen bewegt. Und ja, da mit dem einen oder anderen FC-Spieler offensiv da schon ein bisschen was voraus hat. Aber ich bin halt der Meinung, gerade für junge Spieler ist es auch immer mal gut, wenn die vielleicht in Spielen dann auch mal reinkommen, wo die Spiele auch entschieden sind oder zumindest entschieden scheinen. Und ich denke, dass allen voran ein Spiel wie in Braunschweig dafür gemacht wäre. Man hat es ja beispielsweise auch bei Elias Bakatukanda gesehen auf Schalke, wo Struber ihn dort gebracht hat. Das waren halt so Spiele und so Momente, wo ich mir gedacht habe, die sind eigentlich gemacht, um so ein junges Talent dann wirklich das Profi-Debüt zu geben. Weil du in eine Mannschaft reinkommst, die führt, die Selbstvertrauen hat und auch ein gewisses Verständnis hat, wie man in dieser Phase zu agieren hat. Und einen Jugendspieler dann in eine Mannschaft reinzubringen, die gerade verunsichert ist, die gerade unter Druck ist und die gerade mit dem 3 zu 4 und 4 zu 4 zwei immense Nackenschläge kassiert hat, macht es für die Jungs natürlich dann auch nicht einfacher, genau dann ihr Profi-Debüt zu geben. Und das war halt so ein bisschen meine Kritik. Das war keine Kritik an Potoschnik selbst, weil ich sehr, sehr viel von dem Jungen halte. Das war eher wieder ein bisschen Kritik an Struber, dass ich es mir gewünscht hätte, dass man ihn früher schon gebracht hätte. Und zwar in einem Spiel, wo der Junge ein bisschen, wie soll man sagen, befreiter und unbeschwerter hätte agieren können, als in so einem Spiel jetzt, wo du halt zweimal deutlich geführt hast und dann am Ende mit 4 zu 4 dastehst. Ich für meinen Teil glaube aber, dass der FC gut daran tut, den Jungen weiterhin bei den Profis immer wieder einzuwechseln. Ich würde mir wünschen, dass jetzt eine Entwicklung kommt, dass wir Potoschnik jetzt öfters in der 70. und 75. immer mal wieder von der Bank sehen. Denn sollte das nicht passieren und sollte der Junge wieder, wie in den letzten Wochen, vermehrt 90 Minuten auf der Bank sitzen, dann sollte man ihn vielleicht doch eher in der U21 spielen lassen, weil der Junge braucht Spielzeit. Der Junge bringt alles mit, um ein geiler Stürmer zu werden und da sollte der FC auf jeden Fall auch alles in seiner möglichen Macht stehende tun, um den Jungen dahin auch zu entwickeln. Von daher, Jager, Tchuba, Potoschnik für mich ein richtig geiler Kicker. Geil, dass er sein Profi-Debüt gegeben hat, aber ich verstehe halt den Ansatz von Stuba nicht so ganz, dass er in den letzten Wochen nie reinkam und genau in so ein Spiel dann kommt. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich zu bemängeln hatte, auf mein letztes Video bezogen. Ich freue mich aber für den Jungen und bin sehr gespannt, wie ihr mit den Jungen weiter verfahren würdet, um seine Entwicklung weiter zu garantieren. Schreibt es mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare rein. Und wir springen rüber von Jaka, Tchuba, Potoschnik zu Punkt Nummer 2. Und in Punkt Nummer 2 reden wir über einen Ex-Spieler des 1. FC Köln, nämlich über Simon Terodde. Simon Terodde ist ja jetzt TV-Experte bei Sky und er hat, kann man so sagen, relativ gegen den FC geschossen. Er sagte, dass man beim FC das Gefühl hat, dass sich in Köln welche auf dem Bolzplatz zum Kicken treffen, weil das Ganze nicht strukturiert und nicht taktisch ist. Ich sage es jetzt mal zu Ende, so mit meinen Worten. Und ich muss sagen, er hatte in gewissen Phasen recht, teilweise, und das zieht sich jetzt über den ganzen Start dieser Saison, kassieren wir zu einfach Gegentore. Dann haben wir Spiele, wo wir unsere Chancen bodenlos versemmeln. Dann haben wir wiederum Spiele, wo wir die Buden machen, uns aber dann halt eben einfach hinten zu leicht die Dinge einschenken lassen. Und natürlich haben wir eine junge Mannschaft. Und natürlich muss man eine neue Spielphilosophie von einem Trainer auch erstmal verinnerlichen. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Nur, wir sind immer noch sehr, sehr früh in der Saison. Wir haben jetzt, wenn wir das Pokalspiel dazunehmen, acht Spiele gespielt. Und wir haben das jetzt schon fünf oder sechs Mal gesehen, dass wir viel zu wenig daraus gemacht haben, was eigentlich in den Spielen möglich gewesen wäre. Und da ist es natürlich zwangsläufig, dass man in so einer großen Medienstadt wie Köln Kritik erntet. Ich denke, dieser Kritik muss Gerhard Struber sich auch stellen. Ich hatte ja vor kurzem auch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, was aus meiner Sicht besser werden muss. Und das sind in jedem Fall einige Punkte. Ich denke, dass man jetzt allen voran an der Defensive feilen muss. Struber sagt ja vor dem Karlsruhe-Spiel auf der Pressekonferenz, wir sind die Nummer eins, was das Tore schießen angeht. Sind wir jetzt halt tatsächlich nach diesem 4-4? Ja. Wir haben aber, meine ich, die fünf schlechteste Defensive jetzt mittlerweile mit unseren 13 Gegentoren nach sieben Spielen. Was, wenn man sich das hochrechnet, halt fast zwei Gegentore pro Spiel sind. Also du musst halt im Schnitt drei bis vier Tore erzielen, wenn du ein Spiel gewinnen willst, weil wir halt hinten immer kassieren. Und das kann halt auch nicht der Ansatz sein. Vor allem nicht der Ansatz sein, wenn du oben mitspielen willst. Und ich möchte jetzt erstmal gar nicht mehr von Aufstieg reden. Dafür muss erstmal sportlich einiges anders und besser laufen. Aber der Kader unseres 1. FC Köln aufgrund der ganzen Haltung der sämtlichen Spieler, die auch ich ja als Abgangskandidat gesehen habe, die zeigt ja dennoch, was wir für eine Qualität eigentlich im Kader haben. Und diese Qualität ist auch ohne FC-Brille für die 2. Liga wirklich richtig, richtig gut. Ob die dann reicht und am Ende unter den ersten 3 zu stehen, keine Ahnung. Aber ich bin dennoch der Meinung, abgesehen davon, dass ich den FC vor der Saison auf Platz 2 getippt habe, ich glaube trotzdem, dass du mit dieser Mannschaft mindestens in der Top 6 stehen musst. Und das wäre mehr als möglich gewesen aufgrund der ganzen Leistungen, der ganzen Chancen und eben der bisher gespielten Spiele. Und von daher muss Gerhard Struber es endlich schaffen, wie ich es ja auch in sämtlichen Videos schon gesagt habe, eine gewisse Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. Ich denke, gerade so Spiele wie beispielsweise jetzt gegen Karlsruhe, wenn du 3-0 führst, warum muss dein Außenverteidiger, und ich will jetzt nicht gegen Thielmann schießen, ist einfach nur ein Beispiel, wenn er den Ball gewinnt, selber bis nach vorne durchmarschieren, um den Ball dann zu verlieren, damit du hinten nur noch mit 3 Mann stehst. Also das sind halt Dinge, das verstehe ich nicht. Ich bin halt der Meinung, da muss man einfach mal das ein oder andere Mal mehr auf den Ball treten, konzentrierter spielen, defensiver spielen, mit deinen beiden 4er-Ketten ein bisschen tiefer stehen. Denn viele Leute verstehen auch nicht, wenn man sagt, man muss defensiver stehen. Das heißt ja nicht gleich, parkt der Bass, dass wir jetzt mit einer 5er-Kette hinten drin stehen und 4 Mann noch davor, dass alle vor dem eigenen 16er stehen. Nein. Aber das heißt, dass wir so in unserer eigenen Hälfte positioniert stehen, dass der Gegner auf den Außenbahnen nicht dauerhaft in Überzahl ist, dass der Gegner nicht mit zwei Doppelpässen vorm Tor ist und dass der Gegner sich wirklich was einfallen lassen muss, damit er vor dein Tor kommt. Und ich denke, gerade in solchen Phasen, wenn du so deutlich führst, muss das gerade jetzt mal gefragt sein, weil ganz ehrlich, mit dem Spielermaterial, was wir haben, mit einem Lindenmeiner, mit einem Lemberle, mit einem Damien Downs, da kannst du, wenn du kompakt stehst, auch super kontern. Ich denke, das geben die Jungs von ihrer Qualität her auch her. Und da muss Stuber ansetzen, darum ist diese Kritik von Terodde, so hart sie auch geklungen hat, meiner Meinung nach richtig, weil der FC wirklich sich bisher das Leben leider selber schwer macht. Das muss man einfach so sagen, ohne jetzt auch den Kopf in den Sand zu stecken, ohne dass jetzt alles schlecht geredet werden muss, aber es erinnert halt schon so ein bisschen an Baumgart, dass es nur diese Zielgerade offensiv gibt und man muss halt im Fußball einfach mal auch in gewissen Phasen ein bisschen abbiegen und auch ein bisschen eine andere Philosophie in gewissen Phasen haben. Von daher, ja, Teroddes Kritik aus meiner Sicht zu Recht, auch erklärt gerade warum. Bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Sagt ihr, Terodde ist ein Schwätzer oder sagt ihr, ihr seid auch bei ihm und schreibt mir auch sehr gerne, warum das Ganze für euch aktuell viel zu wild ist, taktisch. Ich bin sehr gespannt, auch in diesem Punkt und von Punkt Nummer 2 gehen wir zu unserem letzten Punkt rüber und Punkt Nummer 3 ist Sagis Adamian. Sagis Adamian ist, seit er beim 1. FC Köln ist, für mich zumindest ein Missverständnis. Er konnte nie auf Dauer performen und zeigen, dass er eine Verstärkung für unseren 1. FC Köln sein kann. Er hat eigentlich von Stürmer, Zehner, rechts und links außen alles Mögliche gespielt und überall hatte man das Gefühl, gerade letztes Jahr in der Bundesliga, das ist in jedem Fall zu wenig. Jetzt wurden ja in diesem Sommer die Karten neu gemischt, es war ein Abstieg, viele Spieler sind da geblieben und rein potenziell denkt man natürlich als Spieler und da nehme ich mich jetzt einfach mal als Sagis Adamian, denkt man sich, okay, 2. Liga, vielleicht habe ich hier eher die Chance beim FC anzukommen und zu performen. Dem Ganzen ist natürlich aktuell nicht so, denn unser neuer Trainer Gerhard Stuber hat sich ja sehr, sehr früh auf Lemperle und Downs festgelegt. Jetzt zuletzt spielte Lemperle auf der rechten Seite und Waldschmidt vorne und selbst wenn von Waldschmidt, Downs, Lemperle noch jemand ausfallen würde, also mit noch jemand, weil Lubejic ja aktuell ausfällt, dann wäre es wahrscheinlich leider so, dass Tigges spielen würde oder man hat eben auch hier zuletzt eben einen Potoschnik gebracht. Also Adamian aktuell auf die letzten beiden Spieltage gesehen Stürmer Nummer 6 und das Ganze wird sich meiner Meinung nach vorerst auch nicht ändern. Sollte toi 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 keine Verletzungswelle kommen, wird sich hier nichts ändern. Zudem wird sich dann vor allem eher im Negativen was verändern, sollte der FC wirklich in der Winterpause aktiv werden und sich noch diesen neuen A-Stürmer holen, wo ja schon ewig drüber gesprochen und philosophiert wird und wenn das passiert, dann wird die Luft für Sages Adamian eben noch dünner und ich denke, dass der Junge sich selber rein sportlich auch nur einen Gefallen tun kann, wenn er sich was Neues sucht, weil ich glaube, gerade in dem Alter, in den letzten Jahren deiner Karriere möchtest du ja nochmal spielen und ja in gewisser Art und Weise auch noch irgendwo ein bisschen Eindruck hinterlassen. Es sei denn, es geht ihm nur um die Kohle, aber ich glaube halt nicht, dass er beim FC jetzt so mega krass viel verdient, was er nirgendwo anders nur im Ansatz verdienen könnte, also zumindest meine Meinung und dazu muss man halt auch sagen, dass ich denke, dass ein Adamian eher bei einem Zweitligist, der im unteren Mittelfeld anzusiedeln ist, eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Vielleicht wird Jan Regensburg ja nochmal auf ihn aufmerksam, die haben ja gerade offensiv extreme Probleme, haben es ein Saisontor erzielt in sieben Zweitligaspielen, was sehr, sehr, sehr mau ist, also die haben offensiv immer ganz andere Probleme und ich glaube, da könnte Adamian zum Beispiel dann wirklich helfen mit seiner Erfahrung auf Zweitligaboden, aber beim FC hat er nach wie vor einen schweren Stand. Das mit Regensburg ist natürlich von mir jetzt einfach nur mal in den Ring geworfen, Ich denke natürlich, dass es sehr, sehr schwer wird, für den 1. FC Köln Adamian an den Mann zu bringen. Man hat ja gesehen, dass es beispielsweise auch bei Marvin Schwäbe schwierig war, aber es ist in jedem Fall nicht so einfach, den einen oder anderen Spieler unterzubekommen und da ist Adamian halt eben ganz, ganz oben auf der Liste. Und ich denke, je mehr Spieltage jetzt noch folgen, wo er weiterhin nicht im Kader steht oder 19 Minuten auf der Bank sitzt, desto schwieriger wird es. Man hat jetzt gesehen, Kainz und Finkrewe sind zurückgekommen, die haben jetzt zumindest schon mal einen Bankplatz eingenommen. Marvin Obos ist auch noch auf einer potenziellen Adamian-Position vor ihm, der auch dann auf der Bank sitzt. Ja, und dann muss man ja auch noch bedenken, auch wenn es nicht Adamians Position ist, aber es wird dann Luca Kilian irgendwann noch zurückkommen und wer weiß, ob vielleicht noch andere Positionen im Winter neu besetzt werden. Das Ganze würde ja dann in der Breite auch den Kader wieder füllen und würde dann dafür sorgen, dass es nochmal unwahrscheinlicher für Adamian wird, in den Kader zu kommen, geschweige denn zu spielen. Von daher glaube ich, dass an diesen möglichen Adamian-Abgangsgerüchten im Winter was dran sein könnte, weil der Junge einfach einen schweren Stand hat und ich zumindest aktuell nicht sehe, wie es für ihn persönlich besser werden sollte. Aber es wird nicht so leicht für ihn einen Abnehmer zu finden, wenn er denn überhaupt auch gehen möchte. Er hat noch bis 2026 Vertrag, also anderthalb Jahre. Da muss man dann natürlich schauen, ja, was der Junge halt will, ob er weiterhin das Gehalt beim FC mitnehmen will oder ob er nochmal irgendwo Fußball spielen will. Wird dann interessant zu sehen in Zukunft. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen zu dem Video heute. Wie bewertet ihr das Debüt von Potoschnik und wie sollte man mit den Jungen jetzt in naher Zeit weiterhin umgehen, um ihn bestmöglich weiterzuentwickeln? Wie seht ihr die Aussagen von Simon Terodde? Seid ihr bei ihm, was seine Kritik angeht? Oder sagt ihr, das ist Quatsch? Und wie bewertet ihr die Arbeit von Struber? Könnt ihr mir sehr gerne unten reinschreiben. Und natürlich abschließend, würdet ihr sagen, ist Adamian-Abgeben im Winter, wenn es einen Abnehmer geben würde? Und was ist aus eurer Sicht eben für den Jungen das Beste? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen zu den ganzen Themen. Schreibt sie mir wie immer sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich mich wie immer neben euren Meinungen über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius raus. Haut da rein. Und ciao. Bei mir geht's auch. disrupt. Bei mir geht's auch. Ja. Feiert nome. Das war. Outro